Was soll die ganze Panik? Facebook Anzeigen, iOS 14, was soll die ganze Panik? Vielleicht hast du eingeloggt in dein Werbekonto und die ganzen Warnungen gesehen, auch diese Neuigkeiten, wie du es jetzt hier siehst und da erklärt Facebook ein bisschen komplizierte Dinge und schickt dich dann auf eine Einrichtung, ich schliesse das jetzt mal und du siehst solche roten Balkenwarnungen und hier kannst du klicken, Aufgaben abschliessen. Was soll das ganze? Facebook hat reagieren müssen, weil Apple mit dem iOS 14 Update gewisse Tracking Dinge einschränken will oder schon einschränkt und dem Nutzer auch die Wahl lässt, hey, willst du getrackt werden von Apps wie Facebook und so weiter und da muss man ein paar Updates machen, um Dinge zu bereinigen, damit du weiterhin Conversions messen kannst in deinen Werbeanzeigen. Und eines der Hauptdinge, die ändern, ist die Domains, also die Domains der Websites, auf denen du Conversions messen willst, musst du jetzt verifizieren, von Facebook also bestätigen, dass dir diese Domain gehört. Es ist also nicht mehr möglich, dass du den Pixel auf die Danke-Seite deiner Webinar-Software platzierst oder externe Landingpage-Tools verwendest und dort Conversions misst, also wie zum Beispiel Leadpages, wenn diese Landingpages dann nicht auf deine Domain lauten. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es eigentlich nicht. Und dazu gehst du im Business Manager von Facebook, also business.facebook.com in deinem Unternehmen, unten links hier auf die Unternehmenseinstellungen mit dem Zahnrad und dann unter Brand Security, Brand Safety heisst es hier, Domains. Und wenn du hier noch keine Domains hast, dann ist eben wichtig, dass du hier hinzufügen, ist meine Domain hinzufügen. Und jetzt sagt mir Facebook, wie ich die Domain verifizieren kann. Und da gibt es verschiedene Optionen, die du wählen kannst. Das Einfachste vielleicht ist mit dem Meta-Tag. Wenn du Zugriff hast auf den Web-Server, dann kannst du auch alternativ eine HTML-Datei herunterladen und dort im Stammverzeichnis hochladen. In meinem Fall müsste also die Verifizierungsdatei dann auf blechschildershop.ch und dann so liegen. Auch nicht schwer, wenn du FTP-Zugang hast und Dateien hochladen kannst oder natürlich dein Web-Entwickler. Und das Dritte ist einen neuen Text-DNS-Eintrag machen. Jetzt zeige ich dir mal die erste Option als Quick Workaround. Also Meta-Tag und da auf der Basis einer WordPress-Website. Dazu brauchst du jetzt in deinem WordPress die Möglichkeit, ein Meta-Tag hinzuzufügen. Und dazu brauchst du ein Plugin. Ich verwende jetzt seit längerem ein anderes Header-Futter-Plugin, aber ich bin nicht mehr so überzeugt davon. Ich empfehle jetzt ein anderes. Suchst du bei Plugins installieren nach Header-Futter? Was ich jetzt empfehle ist das Header-Futter-Code-Manager. Ich habe das im Einsatz. Das geht auch. Hat viele Installationen. Fünf Sterne. Aber momentan bei neueren Web-Projekten verwende ich das. Jetzt installieren. Aktivieren. Und du erhältst da links jetzt neu. HFCM. Header-Futter-Content-Manager oder so. Und eine leere Liste. Und kannst hier oben Add New Snippet. Und du sagst jetzt zum Beispiel als Name Facebook-Domain-Verification. Site-wide. Wahrscheinlich wäre das nicht mal nötig. Header. Show on all devices. Active. Und jetzt nimmst du den Code, den du hier erhalten hast von Facebook. Hebst es hier einfach rein. Save. Sobald das gemacht ist, kannst du wieder hier links auf HFCM. Und du hast jetzt eine Liste mit dieser FP-Domain-Verification drin. Kannst du editieren, wenn du willst. Und das ist jetzt schon aktiv. Viel mehr musst du nicht machen. Gehst du zurück zu Facebook in den Business-Manager. An diesen Ort. Und vielleicht musst du ein bisschen warten. Wir versuchen jetzt, ob das schon erkannt wird. Domain-Verifizieren. Domain-Verifizierung fehlgeschlagen. Domain konnte nicht bestätigt werden. Zur Sicherheit gehen wir hier noch auf den Shop. Und zurück. Wir versuchen es nochmal. Ja. Magic-Magic. Blechschildershop.ch wurde bestätigt. Fertig. Jetzt ist die Domain verifiziert und kann genutzt werden für Facebook-Conversions. Hast du weitere Fragen rund um das Thema Facebook-Conversions, Facebook-Werbeanzeigen? Gerne unten in den Kommentaren. Wenn du irgendwas ziehst von solchen Videos, dann abonniere doch diesen Kanal, weil, why not? Mein Name ist Sam Steiner. Ich freue mich über jedes Daumen hoch. And see you in the next video. Ciao!